Hey Freunde, was geht ab? Heute mal wieder ein kleiner Billigheimer im Test und zwar die Knuckles von Xplode. Bekommen habe ich sie für 4,99 Euro, was sie noch in die Kategorie 5 Euro Batterie rein stuft. Sie hat 9 Schuss in 25 Millimeter Kaliber, hat 100 Gramm Explosivmasse, brennt 20 Sekunden. Effekte sind angegeben mit 25 Meter. 30 habe ich schon gesagt und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnell raus und schauen uns die Knuckles an. Also Freunde, bis gleich. So, Xplode Knuckles, wie die immer heißen tut. Ja, war ja auch nicht mal so schlecht für den Preis. Xplode Knuckles Xplode Knuckles Xplode Knuckles Xplode Knuckles